Hallo und herzlich willkommen bei Kohl Automobile. Neben mir sehen Sie einen BMW 5er vor Facelift mit einer Top-Ausstattung wie dem M Sport Paket, dem Glasdach, dem Head-Up Display, dem Komfortzugang und dem BMW Live Cockpit. Alle BMW 5er vor Facelift stehen hier mit mindestens 22 Prozent Nachlass. Sichern auch Sie sich jetzt Ihren BMW 5er bei uns in Aachen, in Laurensberg, Heinsberg oder Bergheim.